Eskalation bei kroatischem Derby. Hajduk-Split gegen Dinamo Zagreb, so hießen die zwei Mannschaften. Es ging für mich in dem Flieger, 5 Uhr morgens, da habe ich die Benche bekommen von den zwei netten Damen. Und Leute, guckt mal hier mal das erste Tor. Bam! Uno a cero. Checkt den neuen Start im Vlog ab, Link in meiner Bio.